Sie gehören zur großen Kanal 3 Familie und das seit vielen Jahren. Sie haben uns ganz besondere Momente beschert und vor allem haben wir mit Ihnen gelacht. Da war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir heute nach Graz kommen, um bei der großen Premiere mit dabei zu sein. Die Rede ist natürlich von Glocke und Schicho. Heute heißt es Allesparty und was das neue Cabaret kann, zeigen wir euch jetzt. Was ist eine Party zum Beispiel im Unterschied zu einer Feier, zu einem Fest, zu einer Fete, zu einem Remi-Demi? Was ist der Unterschied da? Bei einer Feier wird gefeiert, bei einem Fest wird gefesselt, bei einer Fete wird gefettet und beim Remi-Demi wird gerimmelt. Er geht hauptsächlich zu Feten, was ich weiß. Meine lieben, ihr zwei steht seit über 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Durchgehend, ja. Durchgehend, ja. Jetzt gibt es das neue Programm, Allesparty. War es Zeit für ein neues Programm? Ja. Fritz, warum war es Zeit? Weil wir schon so alt sind. Ja. Und weil es schon so langweilig ist mit einem immer das Gleiche spielen. Dann habe ich gesagt, gibt es ein neues Programm hier oder sonst losen wir es. Die Blase hat gesagt, das ist die Blase, die hat gesagt, wir müssen ein neues Programm machen. Ich bin der Halbgroßneffe deines Stiefschwiegeronkels zweiten Grad, sag ruhig du zu mir. Denn als Halbgroßneffe deines Stiefschwiegeronkels zweiter Grad, sag ich auch du zu dir. Und dem Halbgroßneffe deines Stiefschwiegeronkels zweiter Grad ist jetzt die Hand schön gib. Denn der Halbgroßneffe deines Stiefschwiegeronkels zweiter Grad ist hat dich ganz viel lieb. Aber sowas von verwandt, aber sowas von verwandt und so herrlich unbekannt. Also bei mir macht eine Party aus, wenn sie einen gewissen intellektuellen Touch hat. Ja, genau. Also ist der Klauge fast nicht dabei? Nein, ich bin immer noch bei den fünf bis sieben Partys dabei. Die zwischen fünf bis sieben Partys. Was ist zwischen fünf und sieben? Du hast die dunklen Haare. Was ist da zwischen? Sechs. Sehr gut. Aber wenn man da also mit einem Partner spricht, dann hat die Wissenschaft Folgendes herausgefunden. Wenn man eine Konversation hat, dann holt man nur sieben Prozent Information aus den Worten, die man mit dem Partner wechselt. Nur sieben Prozent Information aus den Worten. Aber 38 Prozent Information holt man sich aus dem Klang der Stimme des Gegenüber. Da hol ich schon ein bisschen mehr aus. Was haben sie denn letztens herausgefunden hat? Die Polizisten, 2,4 Promille haben sie herausgefunden hat von einer Stimme. Nicht mehr, ich habe sie nicht mehr herausgefunden. Der rät groß auf. Der rät groß auf. Für eure Premiere habt ihr heute das Theatercafé auserwählt. Ist ja doch geschichtsträchtiger Boden für euch, oder? Natürlich. Das Theatercafé ist ja, wir waren ja die Gimpel, waren ja die Wiederbeleber des Theatercafés in den Ende der 70er Jahre. Also sagen wir so, Anfang der 80er Jahre. Und vor kurzem erst das 30-jährige Kabarettjubiläum hier, 30-jährige Kabarett im Theatercafé. So ein Laubstaubsauger saugt den Staub vom Laub Und so klein bläst er das Laub heraus aus dem Staub Weil er saugt und bläst den Herd das Laub entstaub Darum ist der Laubstaubsauger auch so laut Was sind die schönsten Erinnerungen an das Theatercafé? Die schönsten Erinnerungen sind die, die ich vergessen habe, weil ich so besoffen war. Die Eierspeisen. Die Eierspeisen. Ja genau, die Eierspeisen. Wieso weißt denn du das? Ja, ich weiß nicht, das wunkelt man so. Was hast du mit mir einmal da? Nein. Heute das erste Mal. Als erste Mal, ja. Schön, das erste Mal ist schön. Das erste Mal ist immer schön. Ich kann mich auch noch erinnern. Jetzt seid ihr natürlich heute in Graz, jetzt gibt es aber natürlich für alle unserer Zuschauer auch die Möglichkeit, euch bei uns im Murtal zu sehen. Wann wird das sein? Am 15. März in Judenburg. Im Gymnasium, da bin ich einen Platz in die Physikstunde. Dort haben sie gerade gehabt, Optik und da ist es um die Linsen gegangen. Ihr kennt es ja sicher alle. Konvexe Linsen, Konkafe Linsen, Konvexe Linsen für die Weitsichtigen, Konkafe Linsen für die Kurzsichtigen. Ist das schon eine Esselsbrücke mit dem K und dem V, gell? Aber wo es wirklich eine Konvexe Linsen ist und eine Konkafe Linsen, hat man sich gemerkt mit einer tollen Esselsbrücke, Konvex ist der Buckel von der Hex, Konkafe wird die Matratze im Schlaf. Das war immer unser Essel. Da haben wir viel bessere Proben gehabt. War die Mama brav, bleibt der Bauch Konkafe. Hat sie aber Sex, wird der Bauch konvex. hate agen